Hallo, Bianca! Hallo, magst du das Auto zu fahren? Das Auto ist kaputt. Komm, wir finden ein anderes. Oh, mein Auto! Komm, wir bringen es in die Werkstatt. In deine Werkstatt. Ich repariere es. Und wir drehen hier eine Runde. So, alles in Ordnung. Oh, was für ein seltsames Geräusch. Als ob da jemand weint. Aber wo denn? Karl, Bianca, die Küken haben Hunger. Wollen wir sie füttern? Ja, ja. Los geht's! Wo sind sie? Seht ihr sie? Nein, wir sehen sie nicht. Siehst du die Küken? Schaut nach rechts und nach links. Sind sie vielleicht im Boot? Nein. Vielleicht sind sie im Cabriolet. Nein. Vielleicht sind sie beim Pony. Nein. Ich höre sie schon wieder. Aber ich sehe sie nicht. Wir können alles von dem Turm da sehen. Küken! 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 Auf der Everest-Spitze! Küken! Schau genauer hin. Siehst du, wo das Geräusch herkommt? Küken! 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 Wo seid ihr? Küken, ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Was sollen wir jetzt tun? Ich sehe sie nicht. Ich hab's. Wir müssen höher springen. Komm zu den Trampolins. Kommt. Kommt mit. Wir müssen erst mal ein Ticket kaufen. Wo? Dort. Wenn man hoch springt, ist Sicherheit wichtig. Hältst du dich fest? Ja. Der erste Astronaut fliegt ins Weltall. Such die Küken. Schau, wie ich fliege. Ich spring hoch. Ich spring hoch. Ich balle. Da sind die Küken. Ich sehe sie. Da. Da sind die Küken. Schaut nur, wie sie piepsen. Die sind sehr, sehr hungrig. Die öffnen den Mund. Diese Spielzeugküken werden Spielzeugkörner essen. Nimm ein kleines Stückchen und mach Kügelchen daraus. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Schau, es gefällt ihm. Jetzt kann das Hühnchen springen. Die Hühnchen sind satt. Jetzt können wir ihnen Körner geben, die wir aus Slime machen werden. Ich glaube, diese Küken werden bei uns wohnen. Und jetzt tschüss. Tschüss. Tschüss.